Hallo, ich bin der taktische Ben und ich mache einen taktischen Spaziergang. Wir leben ja heutzutage in Zeiten, in denen man ja nicht einfach so spazieren gehen kann, sondern man sollte immer gucken, dass man für alle Eventualitäten vorbereitet ist. Gerade hier im gefährlichen Schwarzwald, in dem jetzt so fiese Bestien wie Wölfe hier Unwesen treiben und neuerdings bekommen die auch noch Nachwuchs. Und darum gehe ich grundsätzlich nicht ohne mein taktisches Equipment vor die Tür. Denn ich als stinknormaler Zivilist muss natürlich jederzeit taktische Ausrüstung am Mann haben, weil ich sie unbedingt brauche. Denn jederzeit könnte hier ein Wolf aus dem Unterholz springen und wenn das passiert, bin ich natürlich vorbereitet. Ich habe hier griffbereit meine Dose Anti-Wolf. Da steht zwar Hund drauf, ist aber natürlich von mir persönlich mit taktischem Anti-Wolf-Spray umgefüllt worden. Und ich würde hier ja jetzt rumsprühen, aber ich habe Angst vor Gegenwind, dass ich den ganzen Scheiß nicht selber auch ins Gesicht bekomme. Habe ich ewig nicht, habe ich noch nie gebraucht. Ja, aber jederzeit könnte der Wolf kommen. Ja, neuerdings gibt es ja einen Rudel, die reproduzieren jetzt. Und da weiß man doch nie, ob man nicht vielleicht doch irgendwann taktisches Anti-Wolf-Spray jederzeit griffbereit haben muss. Also immer vorbereitet sein. Vorsorge ist besser als Nachsorge. Ja, und sollte der Wolf mit meinem taktischen Anti-Wolf-Spray nicht zu vertreiben sein, kein Problem. Ich habe auch noch ein taktische Anti-Wolf-Survival-Axt dabei. Ja, die ist sogar so taktisch, dass sie klein verpackbar ist und in jede Hosentasche passt. Man kann sie nämlich fast mit einer Hand aufmachen. Und so sieht die dann aus. Super gefährlich, enorme Hackkraft, wehrt jeden noch so gefährlichen Wolf ab. Und ist natürlich nicht so ziemlich der nutzloseste Gegenstand, aber auch einer der witzigsten, die ich je geschenkt bekommen habe. Aber, ja, wie gesagt, damit kann man sehr taktisch den Wolf abwehren oder total krass Holz hacken. Und ich zeige euch das mal. Hier ist Holz. Ja, kann man das sehen? Ja. Aha! Taktisch! Und drum muss ich die auch immer griffbereit haben, weil es könnte ja sein, dass ich irgendwann mal aus irgendwelchen Gründen mitten am Wegesrand auf einmal sofort das Bedürfnis habe, jetzt Holz zu hacken. Oh, Holz ist runtergerutscht. Naja, egal, jedenfalls bin ich jederzeit bereit, um sofort Holz zu hacken. Es wäre ja furchtbar. Nehmt mal an, ich müsste erst den Rucksack absetzen und meine Axt erst rausholen, wenn ich spontan Holz hacken möchte. Hä, ne, dafür habe ich echt keine Zeit im Leben, ne? Das geht nicht. Oh, ein Bach. Ja, aber das macht ja nichts, weil ich habe ja meine taktischen, wasserdichten Stiefel an. Okay, die sehen jetzt nicht so taktisch aus, das gebe ich zu. Aber die sind es. Angenommen, ich kann den Wolf mit meiner taktischen Survival-Axt nicht vertreiben, könnte ja passieren, dann habe ich hier natürlich noch mein taktisches Anti-Wolf-Messer und sehr griffbereit natürlich, muss ja schnell gehen. Der Wolf könnte jederzeit diese Steilwand hier runterspringen. Das machen Wölfe grundsätzlich immer so oder aus dem Fluss springen und hier die Steilwand hochklettern mit seinem Ninja-Wurf-Anker, taktischer Ninja-Wurf-Anker. Nur hier im Schwarzwald haben wir original taktische Wölfe. Egal, jedenfalls, wenn der Wolf selber besiegt sein sollte, ja, aber der hat ja noch Welpen, dann habe ich hier, ups, mein Anti-Hund verloren. Meine taktischen Anti-Welpen-Wurf-Messer. Haha, guckt mal, die sind total gefährlich. Ich zeige euch das mal. Ups, jetzt sind es nur noch zwei. Ha! Tada! Ha! Buff, so, alle Wölfe tot. Ich gehe mal meine Messer einsammeln. Da ich sehe, meine Ausrüstung reicht leider noch nicht ganz aus. Ich habe nämlich mein taktisches Schlauchboot vergessen. Wenn ich da aber mal so runtergucke, wäre ein taktisches Schlauchboot gar nicht so schlecht. Mist, ne? Mist. Aber natürlich habe ich noch viel weiteres taktisches Equipment dabei. Ich hoffe, könnt ihr sehen. Da hinten habe ich nämlich noch die große, kleine Kampftasche. Keine Ahnung, wie die aktuell gerade heißt. Aber da habe ich dann noch jede Menge Platz für weiteres wichtiges, super taktisches Equipment. Bin also, wie gesagt, auf alles vorbereitet. So, sollte der Wolf übrigens dann noch nicht besiegt sein, habe ich hier natürlich noch das gute Lockfeldmesser. Für den ganz hartnäckigen Wolf. Und da man nie genug Messer haben kann, habe ich natürlich hier noch mein Ersatzzweitzmesser. Dritt, Fünft, ja irgendwas Sechstmesser, glaube ich, oder sowas. So richtig, richtig taktisch ist man natürlich nur dann, wenn man statt so zwei krasse, coole Brustholster, wie ich sie hier habe, noch was anderes hat. Und zwar, es hatten nur die aller, aller cleversten dabei. Cooler geht kaum, ja. Ich habe nämlich sogar ein Holster im Holster. Und in dem Holster habe ich noch ein Messer. Ha, bin auf alles vorbereitet. Ja, und dann muss man natürlich, wenn man so einen Spaziergang hier in unserem super gefährlichen Schwarzwald macht, auch jederzeit damit rechnen, dass man sofort ein Feuer braucht. Also nicht erst etwa Rucksack aufmachen und Streichhölzer suchen oder gar ein Feuerzeug. Ja, wir wissen ja alle, das einzig Wahre zum Feuermachen ist natürlich ein Feierstil. Und zwar grundsätzlich in taktischem Grün, sagt der Mann in der schreiend blauen Jacke. Es sollte eigentlich jeden Moment regnen. Jetzt habe ich Glück, jetzt ist sogar die Sonne rausgekommen. Aber, ja, und natürlich muss man den Griff bereit haben, weil es kann einem ja passieren, dass auf einem Spaziergang man sofort einen Funken benötigt. Von jetzt auf gleich, ja. Man hätte dann natürlich im Ernstfall keine Zeit, mal eben drei Minuten zu benötigen, um seinen Feierstil aus welcher Tasche auch immer raus zu frümeln, wenn man schon einen dabei hat. Oder ihn gar aus dem Rucksack zu holen. Den musst du sofort griffbereit haben. Und ich habe außerdem noch taktisches Trioxan dabei, hier in der militärischen Pappschachtel. Alles, was militärisch ist, muss in einer Pappschachtel verpackt werden, siehe EPA. Nur dann ist es echt militärisch. Und da ist drin das hier. Und das ist ein großartiger Feueranzünder. Von den Amis bis heute verwendet. Stummerweise ist er schwer krebserregt und drum werde ich ihn nicht anzünden, weil die Dämpfe sollte man wirklich nicht einatmen. Aber, ja, ich meine, in einem taktischen Szenario spielt das natürlich keine Rolle. Aber ist nett, dass ich das noch habe, zumindest als Requisit für taktische Zwecke, zum jederzeit einsatzbereit haben. Außerdem, was man auch immer dabei haben sollte auf einem taktischen Spaziergang, ist ein richtig, richtig guter Kompass. Und es gibt kaum einen teureren und mysteriöseren und beliebteren Kompass auf dem Markt. Das ist tatsächlich so als diesen hier. Das ist nämlich der gute alte Original Bundeswehrkompass von Breithaupt Kassel. Kann man hoffentlich einigermaßen erkennen, aber das ist tatsächlich noch ein Original, geerbt von Faller. Ja, und einer der besten taktischen Kompasse überhaupt, ja. Man klappt hier dieses Deckelchen drauf und dann kann man da durchpeilen und dann kann man sich die Marschzahl anzeigen lassen. Und dann weiß man genau, in welche Richtung man marschieren muss, immer der selbst gewählten Marschzahl hinterher. Was einem ganz genau überhaupt nichts bringt, solange man nicht daheim eine Karte hatte und auf der Karte eine Marschzahl ermittelt hat, in die man überhaupt laufen möchte. Ansonsten sagt dir der Kompass, was höchstens vor Norden ist. Was dir natürlich super hilfreich ist, weil du willst ja grundsätzlich auch immer schnurgerade nach Norden oder weißt genau, was im Osten ist oder im Westen, wenn du irgendwo unterwegs bist, wo du dich nicht auskennst. So ein Kompass, super hilfreich. Und naja, zugegeben gibt es Situationen, wo man sich vielleicht gemerkt hat, dass im, ja wo denn eigentlich, im Westen, äh, nee, im Osten, Entschuldigung, hei, 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 hier ist nur Norden aufgedruckt. Das ist ja natürlich ein taktischer Profikompass. Ja, also im Osten ist der Fluss. Und wenn man sich das gemerkt hat, dann findet man immer den Fluss, was einem nicht viel bringt, weil der hier komplett überall steile Ufer hat und man da niemals runterkommt, jedenfalls nicht heile. Äh, aber als Orientierungshilfe vielleicht hilfreich. Naja, jedenfalls taktischer Kompass. Äh, inwiefern jetzt dieses uralte Bundeswehrmodell, was wirklich arsch teuer ist, wenn man so ein Ding noch käuflich erwerben möchte, besser ist als ein moderner. Naja, der ist taktisch, außerdem ist er oliv. Da es einem ja nun auch passieren kann, heutzutage, mal abgesehen von den fiesen Wölfen, die einen überraschen können, äh, dass die Russen vorbeikommen oder der Putin eine böse, böse Rakete schickt. Aber auch darauf bin ich vorbereitet, ja. Nehmen wir also mal an, Putin, Rakete da drüben, Bobov, Peng, äh, nehmen wir weiterhin an, weil das nimmt man grundsätzlich an für solche Szenarien, dass man hinterher auf dieser Welt überhaupt noch leben möchte. Und zweitens nehmen wir natürlich an, dass wir nicht in der Explosion gerade verglüht sind, sondern aus irgendwelchen Gründen überlebt haben. So, und jetzt, jetzt hat nämlich die taktische Industrie, genauer die Bundeswehr, hier uns auch noch eine so tolle Feldflaschentasche zur Verfügung gestellt. Und auch die Feldflaschentasche lässt sich natürlich schnell aufreißen und dann haben wir den taktischen Inhalt unserer Feldflaschentasche selbstverständlich sofort griffbereit. Jetzt besitze ich keine Original-Bundeswehr-Feldflasche, aber so ein Ding passt da auch rein. Boing. Ähm, aber viel wichtiger ist natürlich, taktischer Original-Bundeswehr-Dekontaminationspuder. Aha, ja, da Putin, da guckst du was. Wir sind vorbereitet. Wir haben Dekontaminationspuder. Aha, mit Gebrauchsanweisung. Auf Deutsch. Dekontaminationsmittel, ein Dingsbums, Puder. Das kann man nicht mehr so genau lesen. Das ist aber eine 60-Gramm-Dose. Dann steht da noch ein bisschen Zeug, was man nicht mehr so genau lesen kann. Aber dann kommen wir auch schon zur Gebrauchsanweisung. Gebrauchsanweisung. Kappe abschrauben. Okay. Zack, Kappe abgeschraubt. Stark einpudern. Soll ich das wirklich machen? Guck mal. Hier ist mein... Ja, also ich mach mal ein bisschen. Wer weiß, was da drin ist, ne? Ja, okay. Es ist gar nicht so einfach, sich damit stark einzupudern. Das muss reichen. Eine Minute einwirken lassen. Das kriege ich noch hin. Habt aber Angst. Puder rasch und gründlich entfernen mit dem Tupfer, der extra dazu in der ABC-Ausrüstung des gemeinen Soldaten mitgeliefert wurde. Äh, und Entgiftung wiederholen. Vorsicht! Kein Puder in Augen, Nase, Mund oder offene Wunden. Wie gesagt, wer weiß, was da drin ist. Wahrscheinlich einfach nur Babypuder. Hoffe ich zumindest. Ich weiß auch nicht genau, ob das nicht einfach den Anschein erwecken soll. Ich meine, das funktioniert natürlich hundertprozentig. Befreit garantiert von atomaren, biologischen oder chemischen Kampfstoffen. Hundertprozentig zuversichtlich. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass meine Hand jetzt juckt. Im Rahmen dessen wünsche ich euch einen schönen 1. April. Und, äh, ja, ich hoffe, der eine oder andere hat schon damit gerechnet. Es hat mich diesmal ein bisschen fast überrascht, dass fast 1. April ist. Daher musste ich schnell den Koppel zusammenbauen und, äh, ja, einen auf Tactical Ben machen. Ähm, ja, inwiefern das Ganze jetzt ernst gemeint war, überlasse ich eurer Fantasie. Es folgt aber in Kürze auch noch tatsächlich ein ernst gemeinter Beitrag zu taktischer Ausrüstung, weil darüber müssen wir wirklich mal reden. Macht's gut und ich gehe jetzt ganz schnell Hände waschen. Ah, das juckt, das juckt, das brennt. Ah, das juckt.